Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Sohn Gottes Jesus Christus kommt bald. Um seine Gemeinde in den Himmel zu entdrücken. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten kommt bald. Komm, Herr Jesus, Maron, Autor. Komm, Herr Jesus, Maron, Autor. Der Geist und die Braut rufen. Komm, Herr Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. König der Könige und Herr aller Herren. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten. Er kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Sohn Gottes des Höchsten. Sohn Gottes des Höchsten. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald, um seine Braut zu sich zu sammeln. Wer zurückbleibt, wird verloren gehen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald. Amen, Jesus Christus kommt bald. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben. Amen. 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 Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald, um seine Gemeinde zu sich zu versammeln. Macht euch bereit. Amen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Siehe, der Herr Jesus Christus kommt bald, Amen. Amen. Und der Geist und die Braut sagen, komm, Herr Jesus, Maranatha. Und die Braut und der Geist rufen, komm, Herr Jesus. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben. Amen. Heilig. Amen. Heilig. Amen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig. Denn heilig, heilig ist er, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Sohn in den Himmel, der Seinde, der Ewige, der Einzige, Eingeborene. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig, heilig ist er. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig, heilig ist er. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig, heilig groß, groß ist er. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig, heilig ist er. Amen. Und er rüstet zu seiner Gemeinde. Der Herr, der Herr, der Herr Scharen rüstet sein Herr. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Denn heilig, heilig, heilig groß ist er. Und er kommt und nimmt sich, was sein ist. Der Herr, der Herr, der Herr Scharen. Und er brüllt aus Zion. Ja, weh. 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 Ja, weh. Ja, weh. Und er brüllt aus Zion. Yahweh, Jeshua. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn heilig und groß ist er. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn heilig und groß ist er. Der Löwe aus Juda, ja, er kommt wieder, der Herr, der Herrscherin, Jesus Christus. Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten, er kommt, um zu holen, was sein ist. Herr, der Herrscherin, Jesus Christus, das ist sein Name und er kommt. Ja, er kommt und der Geist und die Braut, sie rufen, komm, Baranata, Jeshua. Baranata, Jeshua. Und er kommt und er kommt und holt das, was sein ist. Amen, Amen, Amen. Und er kommt und holt, was sein ist. So macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn siehe, er kommt mit den Wolken. Amen, Amen, Amen und Amen. Amen, Amen, Amen und Amen. Amen, das ist sein Name von Ewigkeit her. Amen, Herrlichkeit ist sein Name. Jesu, Sohn Gottes des Höchsten, Jesu. Und macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn heilig, heilig ist er und kein größerer als er ist. Der Seiende im Himmel, Jesus Christus, der Seiende und Ewige, Jesus Christus, der Herr, der Herrscherin, ja, das ist sein Name. Herr Jesus, komm, 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 denn heilig, 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 das bist du. Herr Jesu, Baranata. Herr Jesu, Baranata. Herr Jesu, Malanata. Malanata. Jesu. Amen. 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 Denn er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen. Jesus Christus. Amen. Jesus Christus. Amen. Und jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund bekennen, dass der Herr Jesus, ja, der Herr, der Herrscherin ist. Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten. Jesus Christus, ja, lasst uns ausrufen, seinen Namen, der da ist, der Seiende im Himmel, der da ist, der Seiende im Himmel. Amen. Ja, er kommt wieder und der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus, Maranata. Ja, er kommt wieder. Maranata. Ruft alle zusammen, Geschwister und Brüder, Maranata. Ja, er kommt wieder, Maranata. Kommt, meine Brüder und Schwestern und ruft und singt für den Herrn. Und ruft und singt für den Herrn. Denn heilig zu loben, ja, das ist sein Name. Und er kommt und er kommt und nichts wird ihn aufhalten. Denn siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Maranata. Ja, meine Geschwister, ruft Maranata. Mit der Posaune und Zimbeln ruft seinen Namen in die Hölle. Ruft seinen Namen in der Höhe. Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten. Jesus Christus, der Ewige, der Einzige, der Erlöser der Welt, der Erretter der Menschheit. Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit. Er kommt wieder, der Messias, der Erlöser der Menschheit. Der Erlöser der Christus, Jesus. Jesus, meine Geschwister ruft. meine Geschwister ruft. Jesus, der Erlöser der Himmel, der Ewige, der Einzige. Oh, 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 oh Er kommt wieder und jedes Auge wird ihn sehen. Amen, 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 Amen ist sein Name. Heilig, heilig in der Höhe. Heilig, heilig in der Höhe. Wuhu, 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 wuhu. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn heilig, heilig, heilig ist er. 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 Kado, kado, kado. Heilig, heilig ist der Herr und groß ist sein Name. Elgibor, gottheld ist er. Adonai, Zewaot, der Herr, der Herrscherin. Er kommt wieder und holt das, was sein ist. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn der Herr, er kommt wieder. Heilig, 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 heilig ist sein Name. Heilig, 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 heilig. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen, denn der Herr, Jesus Christus, kommt wieder. Amen, Amen, und rufe Amen, alle, die ihn erwarten, denn siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Amen, auch die, die ihn durchstochen haben. Amen, ja, Amen. Gelobet seist du, Herr, Jesus Christus, der du uns treibst und führst, um dich stets zu erwarten. 2000 Jahre warten wir schon auf dich. So rufen wir auch heute noch, nach so langer Zeit. Doch was ist Zeit für dich? Zeit hat keine Bedeutung für dich, weil du unendlich bist. Du bist, der du bist, der Ewigseinde, der Einzige, der Unwandelbare. Amen, ja, Amen.